um holen und herzlich willkommen zu einer weiteren folge die rutsche mit die handlung ein erstes zu verletzt dass er ist wer ist wer ist und trottel nein wir hätten nicht damit sich aufnehmen können b dort immer noch ja wer fragt morgen wenig der vorgur ich traue mich so ist nicht durch uns ist ein bisschen auf hier ich war gerade bei dir hier das Haus zu bauen guck mal hier so eine Sterbe ah, wo? hier oh danke das war ein bisschen zu hoch noch nee, hast du es? ja Temp-TS-Wechsel und das kann ich nicht, das wird schwer falsche TS hier, jetzt nein, hier haben wir alles kaputt gemacht nein hier, der TRS oh, jetzt muss noch jemand hmm Hallo 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 du einen schönen Namen na soll ich mal in die Aufnahme bringen? nee, es wäre nicht so cool ich bin du Arsch bin jetzt schon acht Minuten am Aufnehmen übrigens okay dann überziehst du, okay? nee, mein ich nicht nee, mein ich ja auch nicht ähm, Tim, hast liegen bei dir noch irgendwo Flugstäbe rum? ja, ich hab drei Minuten sehr gut aber was ich noch sagen wollte ich hab dir schon nicht ernst gemeint dass Tim verbannt werden soll voll viele Zuschauer sind da voll ausgebrastet boah, ich hab schon nicht so ja, genau das haben wir vermutet weil Leute haben bei Zombie geschrieben ey, geh mal zu Stadt Rot Tim soll da eh aus so richtig behindert und dann meint, also dann hat Zombie mich noch so gefragt so, hä, was ist denn? warum muss Tim denn ausziehen? weil das halt nur von den Zuschauern gehört hat, ne? dann hab ich ihm das erstmal erklärt was da passiert sein wird also ich wusste es ja selber nicht genau dann einfach mal vermutet, dass es genauso passiert ist, wie es ja tatsächlich passiert ist hast du geblockt, schickig? ja, kann ich bitte deine Flugstäbe haben? ja, einen? ja, genau, reicht so, der Käfer übrigens hier und hat, äh, skelettig gespawnt ja, ich weiß äh, aber das hat nicht so viel gebracht die sind diesbauen, oder? ja, auch nicht, man er hat Lumber-Exit laut wollen wir ihn dafür das krieg ich zurück wollen wir ihn dafür noch töten, ja, oder? ja, aber ich krieg er auch zurück das bräuchte ich eh grad das hab ich nix ich hab Lumber-Ex, ich also bin grad das ist nicht nur, was ich brauch das ist eben ein Bug, Lumber-Ex ach so, schade ja, ich bin grad unterwegs und mach ein paar Dungeon-Dinger, also so ein paar Türme ok ich hab jetzt grad drei in Reihe gemacht tatsächlich, und ich hab's überlebt man mag es kaum glauben ja, geil aber jetzt, jetzt wo ich durch die XP-Parm halt alles voll vollgepumpt hab, ist es echt locker easy geworden und, äh, ich bin mit dem Ziel losgegangen Electric Essenzen zu kriegen weil ich wieder einen Stab haben will ähm, musst du, äh äh, äh Piratenschiffe nehmen genau oder Burken aber Türme auf keinen Fall ja, ok gut zu wissen auf jeden Fall hab ich halt ne Menge Scheiße grad zusammengesammelt ja, hast du schon irgendwas Nennenswertes bekommen? keine Ahnung was heißt Nennenswert, also ich so diesen typischen Kram, den man halt mal gebrauchen kann Magic Essenzen und so mhm dann hab ich noch einen zweiten Alkahest bekommen ja, ok, bringt's nicht so ne könnt ihr vielleicht, ähm, in diesen Tauern gibt's euch ja dieses grüne Zeug Lorn oder sowas heißt das ja, oder so kennt ihr das? ne so heißt es nicht Lorn doch Lorn das sind so grüne Blöcke ich weiß nicht wirklich, was das sein soll aber es wär cool, wenn ihr die mitnehmen könntet, weil mit denen möchte ich später meine Segel machen ich überlege dir mal ok ok die sind meistens solche Stacks dann also ein Stack immerhin den Truhen Magic Mirror das ist ganz gut das ist sowas Schönes genau wie genau benutze ich den? können wir dir erklären willst du es jetzt gleich haben? oh also ich hab den angekommen du kannst mir einfach sagen, wie das geht ähm also so bringt der dir jetzt nicht viel sagen wir, du hast den ausgerüstet und gehst also an den Punkt ist das der, wo man wo man sich halt zurückbeamen kann wo man das letzte Mal an der Luft stammt ja also wo man den Himmel über Kopf hatte ah ok und ein Block und damit kann man sich halt so ganz coole Teleport Sachen aufbauen ach, das hatte ich eh vor ich wollte mir nämlich so einen Spiegel bei statt Geld noch setzen weil da hab ich keinen hab ich ah stimmt jetzt jetzt verstehe ich das deswegen packt ihr die immer in Dings Rucksäcke genau in den Rucksack weil der dann keinen Tag sich mehr abbekommt und dann kann man sich da hin porten oder was ja das ist aber tricky die Frage, wo ich meinen Rucksack hingetan hab so das ist die Frage, ob ich noch weiter hier irgendwelche Flösser oder so machen will oder ob ich nach Hause gehe das noch ein Turm, den nehme ich noch mit obwohl Türme bringt es ja nicht, wie du gesagt hast nee, nee vielleicht die nach unten, ja aber aber wie finde ich denn so ein Schlossding einfach mal rumreiten hier ist irgendwas Burgartiges oder so, keine Ahnung was es ist ja die noch gut kommt drauf an was für ich weiß nicht, also das Ding Walker sind hier drin ja, so gut sind die krass die Dinger nee doch auch auf jeden Fall ja aber die rennen nicht so krass also du kannst immer so schön ja ich weiß nicht, also wenn du wirklich in so einer Menge drin bist von Walker-Typen, dann ist es schwierig ja dann geht es schnell, das stimmt schon dann hat es echt schneller gehen oh, hier ist so ein so ein Typ, der die Waffe stiehlt aber er ist tot und er hat mir eine Diamantsense gedroppt jo hey, wo ist mein Backpack? hä? ich hab ihn nicht, oder? nee gut okay, hier ist jetzt nicht der krasseste Loot Iron Big Sword nee, nee, aber halt diese Essenzen droppen sie vielleicht also können die droppen so, okay die Sachen will ich alle gar nicht haben, die in der Kiste sind aber hier geht es noch weiter, das ist voll cool deren Schloss ist irgendwie so in den Berg reingebaut auch wenn das super kacke aussieht, muss ich sagen ich erlebe gerade alleine Abenteuer und erzähle euch davon weißt du jetzt, wie hier das Biom entstanden ist eigentlich hatte? ja, weiß ich krass, da hat sich gar nicht mit gerechnet ich auch nicht ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt echt, Tim? nee, oder? nee, ich hab ja wir haben dich sogar gefragt hast du gesagt, keine Ahnung ich glaub das ist ein Bug oder so hm aber das war kein Bug ach man, ich find das nicht mehr was hab ich denn hingetan? ich hätte Fackeln oder so mitnehmen sollen boah hier ist echt grad super kacke, dass es so dunkel ist wo packt man ein Backpack hin, wenn man ihn grad nicht braucht? Truhe? ja, hab ich auch gedacht aber? ja, keine Ahnung ist doch nicht mal zweimal boah ich brauch recht Fackeln, so geht das nicht weiter warte, so geht das nicht weiter, sonst sterbe ich noch in meiner Smelltree ist er nicht willst du mal? und was habt ihr so vor jetzt? in meinem Gucksack ich baue grad ein bisschen an dem Stall weiter diese Zeit sind ja keine Leute online, die ihr töten könntet wir dachten wir könnten dich töten ja, genau aber du warst der falsche so, ihr habt tatsächlich gedacht jemand ist da ja das tut mir leid hm das macht ja nix dann töten halt morgen zwei dafür ups, ich glaube ich hab Wasseressenzen weggeschmissen oder was ist das? ja aber die haben schon mal was Essenzartiges gedroppt das ist doch mal was mach die nochmal öfters, wie gesagt dann hab ich jetzt wohl den richtigen Ort gefunden nehmt ihr nur eine Folge auf? nehmt ihr nur eine Folge auf dem? äh, ich weiß nicht ich auch nicht ich glaub ich finde den nicht weil der nicht Backpack heißt, sondern ein Spiegel kann das sein? hä? was? warum? ach so die Walk haben miteinander geredet, wie cool ist das denn? oh und der eine andere ist leider hoch ja die sind recht gefährlich also du musst immer auf deine Rüstung ein bisschen aufpassen, gell? dass du nicht irgendwann boah sie droppen ey richtig viel Scheiß Exical Diamonds hab ich auch grad gedroppt echt? und Darkness Essenz noch mehr Wasseressenzen geil das scheint ein Ort zu sein, der sich lobt danke Steady kein Problem aber ich glaub ähm die Piratenschiffe bringen es genauso sehr aber der Walker King, ne? der kommt nicht in so'n Ding, oder? doch, ganz oben glaub ich weil den hab ich schon mal im Singleplayer bekämpft hell, hier hält grad einer so richtig dumm seinen Heilstab um die Ecke und da hatte ich keine Chance was? natürlich ok und vor allem kannst du den richtig gut auf Abstand halten ja genau einfach an dich rankommen lassen ich hab grad richtig Angst aber ich schaff das Leute, ich sag's euch und ja ich weiß, ich hab da grad Diamant ausgelassen aber das interessiert mich den Scheiß bei Hexenmann boah eiskalt ja die Leute schreiben immer du hast Diamant ausgelassen aber ja die Leute sind dumm Diamant ist doch überall wie die schreien der hat halt eine Electric Essence gedroppt ach, mein Schwer ist weg nein aber was heißt ganz oben? das ist hier so ein komischer Berg und irgendwie ist da oben drauf gar nichts glaub ich sonst da fällt doch keiner noch eine Electric Essence ich weiß es nicht ich kletter da einfach mal hoch kann ja sein dass da was ist und ich einfach nur zu behindert bin das soll schon oft der Fall gewesen sein ich hab gleich einfach ein Skeletten das geht 3 2,5 ich bin meine Hupfolle festgefangen ich hab vorhin was wie wir gegen den Rearmob in der XP-Farm gekämpft haben war so so einfach super scheiße und hier ist echt keiner drauf hier ist aber nichts und vor allem echt dieser Moment dass da bei dem Tim kommt versucht er die Falle auszumachen er sie nicht mal so unter Kontrolle hat ist einfach alles scheiße war alles geplant ja du bist ja und so ich krieg sie nicht aus ich krieg sie nicht aus und wieder oben muss man Waffen und Waffen Hilfe Tim du musst uns retten oh Gott jetzt hab ich grad kurz festgesteckt und dann hab ich direkt ein bisschen Damage gekriegt aber hier unten gehts nochmal rein also da ist noch mehr Untergrund glaub ich ey der Typ hatte grad ein Schild aber ich konnte den mit dem Bogen treffen wo ist der Sinn von dem Schild ist das nicht normalerweise so dass man die mit dem Schild mit dem Bogen nicht erwischen kann also normal ja aber die Bogen eh alle voll oft rum ja ja was erlauben die sich oh nice ich hab ein Hex gegen Diamond bekommen aus der Mop Farm ich bin mir voll nicht sicher bei dem Duff oh 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 hier sind eine ganze Menge Leute und ich steck fest beziehungsweise bin in den Raum gedrängt worden ja wollte ich raus wenn es nicht anders geht mit dem Spiegel genau geht alles ohne Probleme damit das schlimmer vorgestellt ist hat er keinen dabei wahrscheinlich ich hatte noch nie eins in der Hand ich weiß nicht wie sich das anfühlt aber ich muss jetzt sowieso die Folge beenden also NinjaDacker ist echt eines der coolsten Sachen die es gibt ja ist das so Tim ey Tim guck mal sieht das Dach scheiße aus ja eigentlich schon äh nehmt ihr noch ne Folge auch gleich oder nicht ja können wir dann will ich auch mitspielen dann ist er endlich jetzt mal meine Folge wir sehen uns morgen bei der nächsten Folge wieder lasst ne Bewertung da wenn euch dieses komische Walker Getöte gefallen hat ähm ja mehr brauche ich eigentlich nicht sagen bis morgen tschüss so Stigi ja das Dach ja also guck mal von hier unten also dieses Dach das mittige Dach da oben drauf so halt ein bisschen nach vorne ne ja eben aber das sieht trotzdem ja noch komisch aus oder nicht wir machen aber nicht warte mal ich kann jetzt gar leider schlecht gucken sonst würde ich auch alles beurteilen den weg machen und den hin machen also also bei solchen alten Dächern würde ich halt nicht so und ich weiß nicht wie die die Struktur heißt ich mach so wie so Koppelstorn ans Dach fällt mir gerade ein echt ja oder ich kann zur Fläche was ganz mal versuchen so mehr als Ziegel oder so ja aber da muss ich das immer farmen und so ich glaube eh nicht ich weiß es nicht so ich muss jetzt mal meine Rüstung ich hab jetzt bisschen Angst da neu machen Diggi ich komm zu dir ich stehe hier gerade ohne Rüstung ich hab noch einen Kill frei ich weiß ich mach jetzt hier aber auch nichts was hab ich gemacht warum schon tötet euch und ich hab ehrlich gesagt ein bisschen Angst gerade also wirklich ich ich hab noch ich hab noch ich hab noch so hat er noch geschrieben muss mal gucken der Todeskonfi dann siehst du irgendwann seinen Aufnahmen und man hat seine Aufnahmesperre halt hat war überlebt am 13. also morgen ja ok so ähm hä wie er hat morgen die Sperre wenn er morgen die Sperre hat muss die Folge heute kommen und er ist um 23 Uhr 28 gestorben erlauben ich wollte es extra kurz machen ne ohne Witz also unter dem Killbeer hatte sie dann heute dann muss er hier heute noch hochgeladen haben Einer und Hannes der Handys das aber bei dem Case bei der Killzone haben wir uns auch gedacht ja der Cheap hat keine Lust muss eine Folge aufnehmen und deswegen stimmt er halt kurz mal hast du dir gedacht da wird eh von einer Cape-Sperre gekillt kenn ich irgendwo her aber der Cheap als du das siehst no homo no offense wollte ich eigentlich sagen also meinetwegen das passt jetzt aber es ist auf jeden Fall interessant das in der Todeskonfi zu verfolgen was hier da passiert Mann ich weiß nicht wo meine Dings Rucksäcke sind ich hör einfach die ganze Zeit noch die Musik weiter die ich immer während der Aufnahme hör ich hab voll das Aufnahmegefühl aber ihr nehmt ja auch noch auf deswegen ist es ja ganz passend finde ich übrigens voll cool dass man einfach wenn man während der Aufnahme reinkommt sich einfach richtig schnell so im TS treffen kann ja Technik heutzutage voll reibungslos ach ich will hier kein Dach drauf bauen mag Dächer nicht und ich brauche auch Holz insofern ich habe ein n und ich bin mir vor soll rein einfach ja doch ich mache jetzt meinen Knapsack Knapsack Ledergold welchen ich dir gebaut habe zum größten Teil bitte und vor allem dafür gebraucht habe ja ich habe zwei elektrische Sensen bekommen muss ich sagen das ist auch nicht leicht ich muss mehr solche Burgen suchen lohnt sich voll ja klar ich habe die ganze Zeit Türme gemacht einen nach dem anderen warum ziehen hier keine Magical Sensen äh elektrische Sensen Magic kriegt man da ohne Ende auch in den Türmen? Ja oder? ja ja in den Türmen kriegt man fast nur Magic also eigentlich sogar nur ich bin ja echt auf den Twilight Forest gespannt wenn wir dann dieses Uncrafting Ding haben dann können wir ja unsere ganzen Magical Sensen so Übels duplizieren und dann halt Elektrical Sensen und alles rausbekommen ja ich bin ja echt gespannt ja ich habe gelesen dass das mit dem Alkahest funktioniert aber das klappt gar nicht ne ne funktioniert auch nicht leider den Schmerz und Abfalleimer du kannst doch glaube ich ein Stackkoppel so zum Beispiel ein mit diesem Ding ins Craftingfeld legen damit kommst du ein Razzle wir sollten wir endlich stehen ok ich habe jetzt mein Knappstag endlich wieder oh endlich gut das war's dann wir hoffen dass es dir gefallen dann würden wir uns um eine Beratung freuen und wir sehen uns im nächsten bis 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 bis